Ööööhh wie du da liegs, Mann!! oder schimmelts! Mir ist scheißegal! Hallo når es kommen, hier ist Euer pipson und wir befinden uns in Koliedschaftسبacup 3 Wir sind auf der map COMINE und ich spiele die Waffe CUDA, diesesmal habe ich sie in Gold gespielt, aufgold gespielt gehabt. Mendixin gezockt... Oh! Wo ist der denn? Und mit dem L.V. Visier, da geht die eigentlich noch Map ab würde ich sagen. Also ist mir so aufgefallen. Oh, das ist meine zweite Runde heute Das heißt, mein Aim ist noch nicht da, das eigentlich nie vorhanden war Den müsste ich aber haben Perfekt Eigentlich ein ganz guter Start bis jetzt Okay, der spot noch mal hier, oder? Scheiße, der spot nicht noch mal hier Okay, die im Raum müssen meine Teammates haben Sonst sind die echt schlecht Da links ist einer, auf den kacke ich aber mal Nein, zu viele, fuck Das waren viel zu viele, man Da konnte ich nichts machen Und heute läuft die Facecam mal wieder Also, sie wird das eigentlich immer laufen So Den habe ich Der gehört mir, genau Nein, 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 zu weit geslidert Egal Keine Munition mehr Scheiße Okay, nice, Level up Perfekt Oh, ich habe die SVG, eine meiner Lieblingswaffen Nicht Ich hasse Snipen Alter, was geht hier denn? Hier dann ab Bisschen Party Räume ich mal die Party auf So Ich gehe hier mal links lang, würde ich sagen Aber kein Nee, da nicht Das Da falle ich Oh Ey, wie du da liegst, Mann Oder schimmelst Mir scheißegal Oh, ich hasse dich Habe ich dem nicht erlaubt Und den auch nicht Da ist die Granate für mich verskillt Haha Teammate, bist du scheiße Dich habe ich Next Nein Ich gehe andauernd in den Chat Kann ich nicht nachladen, Mann Frechheit So, jetzt habe ich einen Reiniger Das wird lustig, genau So Okay, okay, okay Komm, komm, komm Unten drunter Und jetzt in dem Raum Alter Jetzt in dem Raum Nein, links Nein Er hat mich geholt Ist egal Ich habe ihn trotzdem Hihi Da habe ich ihn Nice So, weiter geht's Da oben sind die Oder, oh Die lecker spawnen Lecker spawnen Komm, komm, komm Komm da nicht Mein Gott Schimmler Kein Teammate ist in der Lage Den da wegzuholen Ist das euer Ernst Mann Mann, ey Mann, ey Mann, ey Mann Jay 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 Ich verrecke gleich Und ich habe das Mikrofon fast umgeschmissen Außersehen So, Jay Jay, drücken wir einfach nochmal Oh, fast Boah, das war knapp Kein 44 Alles klar Beste Waffe der Welt Auf jeden Fall Wo ist er Teammate Oh, der hat den Schraubenschlüssel Oder, was es auch immer war Den verzeihe ich In meinen Tod Habe ich dem jetzt einfach mal erlaubt Nein, 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 nein Jawohl, nice Liegt das? Ne Ich will das Teil auch haben Nur, ich habe immer ein bisschen Pech beim Ziehen Bisschen viel Wenn ich hier mal mal sowas ziehe Dann ist hier Feierabend Oh, oh Schieber da hinten Da habe ich da Der hat zu gutes Aim Alle Schieber Spieler haben gutes Aim Roll one Ja, genau Auf den scheiße ich Auf den scheiße ich Auf den scheiße ich nicht Ich hatte ihn gesehen Ich habe mich trotzdem umgedreht Ich Idiot Ah, scheiße Nein, hier ist der Reiniger Wo? Nein, Mann Warum räumt der denn so ab Mit dem Reiniger? Scheiße Er ist einfach besser als ich Der hat mich so erschreckt Ich laufe in den gegnerischen Spawn rein Und denke einfach nicht dran Dass er ein Gegner sein könnte Alles klar Hä? Achso Ich habe besser einen Gegner Oh, das ist aber ein Gegner Jay Mann Boah, ich hasse Jay Nein, 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 nein Bin ich behindert? Warum? Oh, warum wollte ich mich denn umdrehen? Ey Da ist er Mann Jetzt spieh ich mal ein bisschen VMP Die habe ich auch auf Gold Warum ist da keine goldene Tarnung drauf? Das ist seltsam So Da hinten Oh, oh Jetzt könnte Action abgehen Erstmal Von dem Geschütz hier abhauen Opa Er gibt mir Tarnung Er gibt mir einfach Tarnung Ja, er ist es Aber er hat mich vorher gesehen Egal Scheiße So, jetzt haue ich mal Hier den Reiniger nochmal an Da Stirb Okay, da oben Ist zu gefährlich Nice Hier ist bestimmt einer hinter dem Geschütz, oder? Ja, das Geschütz ist down Nice Das gefällt mir So Nein Oh Oh, fast schon wieder die Schwebeladung Nein Das war der bestimmt mit der Schwebeladung Da wette ich 20 Euro drauf Okay Der war blöd Jawohl Jetzt kommt bestimmt einer wieder Das kann ich auch, Alter Das kann ich auch Nur am Shotgun spielen Boah, ich hasse Shotgun-Spieler Komm Okay, komm nicht Oh, nein Aber da Schaffe ich's? Nice Oh, scheiße Der hat mich doch noch gesehen gehabt Ich wollte eigentlich kriechen Da Shotgun Da Das ist er auch noch, oder? Ja, das ist er Wo ist der hin? Ich will auch ein Kelm mit dem Scheißer machen Nein Hier Na komm Okay, doch Nee, das war ein Teammate Alter, das ist stark Scheint stark zu sein Ja, nice Ey, das Teil macht Bock Ein bisschen Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sein Oh, ein Hitmarker Ich feier Nein Scheiß auf den Durchziehen Wie geil, Alter 26, 13 Ey, das ist der Score vom letzten Video Damit wir viel sagen Wir werden kommentieren nicht vergessen Bis zum nächsten Video Euer AppleStone Und tschüss